Hey Leute, ich habe jetzt einen Discord und hier kann man sehr viele verschiedene Sachen machen. Zum Beispiel, man kann sich mit den Freunden hier unterhalten, hier in den Chat hier, wenn man draufklickt. Und ihr könnt euch auch an den Freunden sagen, dass ihr hier auch einen Discord habt. Einfach erster Link in der Beschreibung hier, erster Link in der Beschreibung. Und ja, dann seid ihr einfach hier direkt drauf im Server. Genau, und hier kann man nicht sehr viele verschiedene Sachen machen. Man kann zum Beispiel auf erstmal Regeln und Infos muss man unbedingt durchlesen. Einfach hier Regeln und Infos durchlesen und ja. Man kann zum Beispiel auch, wenn ihr Mitglied seid oder so von meinem Server, aber kann man hier ganz einfach Mitgliedanforderungen mit einem Screenshot und da habt ihr auch einen Mitgliedrang auf meinem Discord hier. Es gibt auch ein Fanart-Dings hier, Fanart-Channel. Da könnt ihr alle möglichen Fanarts hier reinschicken, über, keine Ahnung, Revival zum Beispiel. Also Revival ist jetzt schon aus, aber willkommen in den Projekten oder so. Oder über Franzl, alles mögliche, die werde ich vielleicht auch noch in den Videos zeigen. Hier könnt ihr auf Videos klicken, hier sind alle möglichen Videos, was ihr halt hochklären werden von mir. Und es gibt auch Gewinnspiele, also Gewinnspiele, das praktisch, ihr reagiert über einen Bot praktisch. Ihr reagiert hier auf den Nachrichten von Bot und könnt ihr zum Beispiel, könnt ihr bei euch zum Beispiel gewinnen, Red mit Julian hier, wie man links unten seht, Red mit Julian. Da könnt ihr mit zum Beispiel reden mit mir oder so. Es geht wahrscheinlich, also jede Woche ist ein neues Gewinnspiel, könnt ihr auch Rollen oder so gewinnen. Oder einfach reden mit Julian und da könnt ihr einfach mit mir reden, alles was ihr wollt. Alles besprechen, was ihr wollt, keine Ahnung. Und ja, dann, erster Link in der Beschreibung, dann sehen wir uns im Discord. So, Lolo, willkommen zu den Nachfolgen, Minecraft Adventure Map, Minecraft Horror Map. Heute springen wir in Horror Map. Ach, Tops. Heute springen wir in Minecraft, Minecraft Prügel. Ja, 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 schau mal, Tops. Hier, hier nämlich, der Macher von der Map hat hier nämlich seine Social Media Sink geschrieben. Äh, hab ich jetzt beide hingemacht. Wer hat geschrieben, ja, wen ja das und das, aber muss ich ja nicht. Also daher, ja. Minecraft Prügel, einfach nur... Ah, ja, stimmt, Tops, ich hab da ja noch was. Oh nein, warte. Nein, Tops. Nein, 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 doch. Nein, 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 aus, Jürn. Ja, Jürn. Danke, danke, Jürn, danke, danke, vielen Dank, dass die mich gewählt haben. Ich bin sehr glücklich dabei. Bist du spontan, ja, oder? Bist du... Oh, das lässt du B, da. Ah, ja, Tops. So, ähm, wie gesagt, ich spiele heute eine Horror Map hier auf, ähm... Na, was kommt jetzt? Tops. Und wenn ich dich wegschlage, geht es noch weg? Ich würde sagen, wir müssen anfangen, oder? Okay, ja, ja. Die Map heißt Polaroid, das ist praktisch eine Horror-Map mehr oder weniger, weil morgen ist ja Halloween. Tops. Das heißt Polaroid. Polaroid. Wo ist Polaroid? Loll, Tops. Warte, ich glaube, ich muss die Minecraft Sound so hochmachen. Was ist da gestanden? Ja. Okay. Ich bin YouTuber. Vielleicht ist Minecraft Musik. Ein Panda. Ein Panda. Ich muss doch... Es ist viel zu laut, weil ich glaube ich so... Oh! Der Polaroid. Wer weiß ich was, Polaroid ist so eine Kamera oder Polaroid, so eine Kamera, also ganz früher, ob die noch so ein Foto ausgedrückt hat. So, was haben wir? Dings, Tops, was verkleidest du hier zur Halloween? Äh, ich verkleidest du hier. Hier ist ein Buchenquill. Warte, warte, warte. Steht da drin? Warte, warte, warte. Hier, hier, da... Beiiß mal rein. Beiß mal rein. Ähm... 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 Das Buch ist zu schwer zum reden, äh... Weil es zu... Weil es, äh... Komplett veraltet ist und so. Äh... William... William... Ja, William, äh... Hat so viele Artefakten, äh... Gesammelt über die Jahre. Er hat... Er hat sie nie... Er hat sie nie mir... Äh... Ich muss die ganze Misch, vielleicht können wir sie brauchen. Ich mach die Kisten sauber, ja. Okay, also erstmal hier runter gehen. Ähm... Mama ist nicht zu Hause. Tops! Mama ist nicht da? Mama ist nicht da, ne. Mama ist nicht da, okay. William, Mama ist nicht da. Ich kann immer noch nicht den Rubik's Cube, also den, äh... Den Würfel da, den... Wie nennt man den, Tops? Äh... Komm mal runter, komm mal runter. Komm mal runter. Mal hier. Hier sind so ein... Weißt du eh? Ein Dings. Hier ist der Kamin. Ach, das Ding. Ja, das ist lustig. Hast du schon mal gelöst? Ich hab's erst einmal in meinem kompletten Leben gelöst. Sind was drin in dem Ofen? Hier sind drei Kugel-Potatoes. Oh! Ah, ich hab mich so schreckt. Oh, wir haben hier Essen. Brot auch noch. Ja, lass mal hier irgendwie weitergehen. Äh, Tops, wie viel Uhr ist es? Ähm... Keine Ahnung. Der 12. September... Ja, hauptsache bei der Uhr steht der 12. September. 1986 ist. Oh, lol. Okay. Okay, was ist hier? Ich hab hier noch ein bisschen Brot. Ja, ich hab auch noch Potatoes und sowas. Ja, hier ist ein bisschen Brot. Ich brauch keine Brot. Was hier steht? Welcome. Äh, was steht? Willkommen, die... Willkommen, ähm... Der... Der... Wald ist hier jetzt grad im Dings, hier im... Ähm... Sail in... Ah! Ja, oder was? Shaq in Forest? Shaq sozusagen, ja. Keine Ahnung. Äh, ja, davor irgendwas, ähm... Moves in... Äh, äh, äh... Ein neuer, ein neuer, ein neuer... Zieh dir ein. Äh, Blumen... Blumen werden, ähm... Ja, Blumen. Äh, die... Die Bahnstation ist fertig. Äh, nach Monate auf... Äh, von... Von Arbeit. Äh, der Park kommt, äh... Kommt demnächst. Äh, aber der Busstopp ist aktiv... Also aktiviert. Aktiv. Okay. Wir haben hier ne Straßen da. Okay, ich glaube ich sollte Gamer 2 sein. Gamer Mode 2. Oder? Ich denk schon, ich denk schon. Äh, Subway. Tops, hier geht's runter, glaub ich. Willst du runtergehen? Warte, 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 warte. Ein. Ein. Warte, 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 stan, stan, stan. Schon den Nock, stan. Wir sind mal reingelaufen. Stan. Beziehungs? Hier gibt's nichts. Hier, hier geht's hoch, hier geht's hoch. Oh, es lag. Oh, hallo, neuer Nachbar. Okay, hallo. Das ist so ne Art Card-Zinn. Neuer Nachbar sein. ja entschuldigung ich ich komme von draußen ich war neugierig ja du musst er musste neue nachbessern ja mich jetzt auch ein bisschen mich jetzt auch ein bisschen mich jetzt auch ein bisschen ein bisschen dingst ja ein bisschen geskehrt das war man schon thank you for advice i'll be off ja danke für den ja davon ist ja das haben wir eh schon gelesen hier ist hier noch irgendwas ich denke ich glaube es gibt irgendwelche irgendwelche easter eggs auf der map ich denke nicht oder ja vielleicht gibt es aber hier ist es ist halloween das ist nicht also no one is home hast du stimmt halloween ist morgen ist halloween sobs morgen ist halloween ich muss gerade gucken ich habe ich ja hier soll man sagen aber wie kann man hier lang wie kann man hier kann man vielleicht hier es tut not lief jetzt müssen wir es machen tubs und kann man immer wir haben ja hier drüben dieses eine bord na ja können irgendwie nie mit der schuppen im wald ist jetzt zu verkauf so muss der bus stopp ist aktiv neue sachen sollen gebaut werden blablabla der bus stopp ist aktiv und ich glaube mir ist ein bus stopp oder muss erwarten bus stopp ja ja genau tubs für was auf was eigentlich vergleitest du eigentlich als halloween keine ahnung ich will einfach einfach so ein gesicht am floh ausdrucken ist ein little cold out hier muss vielleicht mal ein bisschen reingehen wieder ist ein little cold out hier nicht ich denke nicht irgendwas doch ja mal irgendwas müssen ich weiß nicht genau ja ich glaube wie refreshing refreshing okay es war nur das ding hier ist ich glaube wir müssen einfach weiter raus ich glaube dass ich glaube dass der typ der map gemacht hat der meinte so ja vielleicht ist die multiplayer kompatibel ich weiß es nicht vielleicht das könnte vielleicht ja mei weil ich den command box du bist nicht aber gut dann kommt man hier nach hinten ich denke ich ja was muss man machen ist was man irgendwie zum müssen wir heute mal weiter mal der sagt ja sollte er noch ein paar monaten du bist doch mal zu stand hoch glaubst du ne ich glaube wir müssen die hätten kommen mit hier 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 hin okay 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 beautiful im wald also der ist zum sail ein schuppen was ist da drinnen tubs mach ich auch wieder gmod 0 tubs oh du penner was hast du dafür das ding ist wir können nicht wirklich abbauen tubs was ist da drinnen weil ich muss ein bisschen hoch stellen nee solltest du es nicht tiefer stellen so ja aber aber die ganzen leiter bei youtube sehen das nicht polaroid kameras und polaroid kameras was passiert die tür springen oh nein oh tubs hast du tubs das andere raum okay ich habe immer noch polaroid kamera ich musste meine freunde der er über das erzählen war ich muss jetzt erst mal zum bus stopp gehen wir müssen darüber reden du musst es mir doch erzählen der tubs ich habe geträumt dass eine polaroid kamera dass ich in der polaroid kamera war und dachte ich ausgedruckt ich werde irgendwann wenn du irgendwann 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 ich mach das bei reader ich irgendwann noch mal in real life treffe ich mach das bei dir auch die tür führt perfekt nach außen wo sind wir jetzt bei unserer freunde hallo wir sind hier bei den äh schau mal tubs das ist ein cooles klo das ist ein plumpes klo weißt du da kackst du einfach rein und dann brauchst du nicht spüren klo hallo kann ich abhauen tubs oh was passiert bin ich ich werde da kommt er hier ist ein das ding angezogen ist ausgenommen gewesen weil das so ja 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 nicht der fünf oder der kann die kanalisation ist wirklich wirklich ekelig nicht und mal englisch unterricht dem tubs das schaut so aus als würde der eine zeit vom dings ja nicht fertig sein vom kanalisation ehrlich wenn ich noch mehr koppel finde ich sag's dir was äh äh ende wo soll ich jetzt hingehen das ende zeitgasse 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 ja wir sollten gehen tubs ähm kommst du okay äh wenn ich sagen wir jetzt rüstern tubs äh es wird alles doppelt so ja der der glaube ich nur der hat nur äh dings gemacht der hat nicht at all gemacht lol aber das tut okay was auch immer der weh getan hat äh wahrscheinlich das stinken von tubs was denn das hier ja ein spiegel zubs ein spiegel zubs ein spiegel wo müssen wackeln oh 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 wow ich bin lustig oh mein was ist das lass mich alleine oh mein ich habe Hilfe au 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 oh ich ersticke ah zubs 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 ich bin doch zubs sorry hast du keinen dings amuster was ist das hier wow zubs was denn ich geh mal auf eine druckplatte oh da ist das job run ich hab mich gerade geschlagen ist absolut gar nichts Tups weißt du was Tups wir müssen hier wir müssen das nicht raus da kommst du nicht mehr zurück ah nein Tups irgendwie ist das verbuggt glaube ich ich glaube wir haben die kaputt gemacht weißt du was komm 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 schau so schau mal was da drinnen steht Tups es steht in der Wahrheit NEIN da ist ja oben Tups warte mal du bist Penner weißt du das ok server save the world Haus Key can be Tups NEIN Haustür Tups oh nein haustür an Wolle kann das platziert werden oh oh Tups oh oh ich hab mich erschreckt oh 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 was ist das oh 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 Tups ist das wer spielt das Spiel ein Projektor Portal 2 Chapter weißt du kein Fortnite Zeitschipter äh I present tool zudest wir im Stock du war gerade hallo also ein Taucher wo bin ich denn hin ich hab den Kopf aufgenommen oh ich hab den Kopf aufgenommen wo bin ich keine ahnung ach so wer ist so ne Cutscene Tups das ist so ne Cutscene ach so er wollte ein Bild machen aber 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 wir sind beim Bus bei der Zugschütze jetzt lass uns das gescheit spielen fast wo bin ich ja lass uns das gescheit spielen was wenn ich die Polarikkamera äh Dings wo ist hier äh wo bin ich bitte lass mich allein ich hab genug ich geh weg wenn du und komm nie wieder zurück ich weiß nicht wie ich hierher gekommen bin schaut wie schaut wie uah 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 Tups ja ich auch Tups geh doch weg ich kann nicht Tups ist so laut ich bewegen ich bewegen ich bewegen ich bewegen ich bewegen was ist passiert warum ich geh weg wie soll ich denn weggehen warum kann ich warte mal weißt du was ich hab jetzt den Dings ausgemacht aah jetzt kann ich weg jetzt kann ich weg hu das war laut das war laut Leute Tups Tups steht jetzt schon wieder so ok äh wir müssen nings glaube ich wir können uah 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 Tups ne warte slash gamemode 3 weißt du was ich brauch jetzt einfach den Command Block es gibt gar keinen Command Block Tups aah ok wir spielen die Map ganz richtig ganz normal ok Tups wir glauben wir müssen einfach warten ist so dumm du sperrst dich selber an was willst du machen Tups äh ich weine ja best nicht zur Tür warte mal hier glaube ich oh lol was ist das hier oh ok hier ist ne Uhr hier an Leute ich kann richtig wechseln oh hallo was ist das was geht ab das ist ein Skelett nimm ein Bild nimm ein Bild hey purit jetzt bist du hier ich habe die Kamera geliebt äh geliebt äh jetzt äh was was meinst du ich will nicht mehr kannst du mir zurück geben oh oh was jetzt ein bisschen ein bisschen Spaß ich weiß was du machst äh bist du dumm ich will ich will ich will ich will nicht ich will nicht ich möchte reingebracht werden äh ich bin nicht dings say cheese oh hallo cheese nein ich möchte fotografiert werden no zu floh äh tot floh sei schon wow was ist das passiert oh hallo ähm wo 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 bin ich äh 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 eine 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 achso wir sind in der Kamera und werden jetzt verkauft äh eine eine Kamera ok wir werden jetzt verkauft ah ich schau mir das an wir sind verflucht wir sind verflucht aber unsere Kamera wird jetzt irgendwie achso das wars schon ok also im Endeffekt sind wir auch in der Kamera gefangen geworden also wir sind in der Kamera wir sind in der Kamera und äh hier von Minecraft Musik ja hier tups so jetzt mach ich game mode 1 weißt du was die map weißt du die map die billigsten warum bin ich jetzt weißt du was game mode 3 tups wo 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 warte mal wir müssen nochmal auf play drücken tups äh hier ähm 8 juli 30 auf twitter und äh 30 wie ihr seht auf youtube und hier steht was das nicht stimmt das war's ich glaube das war's komplett so weißt du weißt du oh oh die web oh oh ich hab's genug tups und du ich spreche ich auch nicht mit das war's tups das war's ah ah doch tups oh ja wie gesagt ja ein paar tups gab es mir wirklich erschrocken genau ihr könnt die kommentare schreiben was ihr euch zu halloween verkleidet oder so oder was ihr für kostüms oder so hat ihr verkleidet sich als tomate so floh geht glaube ich aus halloween irgendwie mit so dr strange dings oder so ich hab da auf instagram auch irgend so ein bildposter ne das verstanden floh ist strange naja das ist nicht witzig ja wie gesagt äh social medias ausstecken twitter instagram alles in der beschreibung verlinkt einfach auf mehr anzeigen klicken dann seht ihr das alles und ähm ja wie gesagt wenn ihr lasst like und abon da und schreibt im kommentar was ihr was ihr zu was ihr euch zu halloween verkleidet und ähm wie ihr irgendwie die map gefunden habt oder euch auch erschrocken habt oder so umgeschickt schreibt unbedingt einen kommentar und aktiviert die glocke und äh lasst like und abon da und tschau ja und eben und immer und nicht nur Schamper benutzen und tschau tschau schau